Ansonsten sind wir zum dritten Mal hier auf der Messe, also und die Juchte ist ganz normale, also ganz normale Juchte, also für Nomaden. Und die Nomaden nehmen die Juchte dann überall und die ziehen dann mit den Herden dann überall hin. Und zum Beispiel bei uns dann gibt es nur so einen kleinen Hocker. Alles was in die Juchte reinfährt, dann sind wir alles ziemlich klein und auch so praktisch zum Transportieren sozusagen. Und man kann ja die Betten und alles auseinander bauen. Trotzdem.